Unsere Glendronach-Rundreise hatte mir so richtig Spaß gemacht und da dachte ich mir, das schreit doch nach einer Verlängerung. Und so habe ich mir jetzt hier den Glendronach 16 Jahre Platinum hingestellt. Ja, schon etwas seltener diese Flasche. Abgefüllt 2014 mit 48 Volumenprozenten, reifte komplett in Oloroso-Sherryfässern. Hallo und herzlich willkommen zum Whisky Turntable. Es gibt ja sogar eine aktuelle 16-jährige Glendronach-Abfüllung. Ich glaube, Boynts Mill oder so ähnlich heißt die. Ich hatte die auch schon mal im Video. Für meine Rundreise hatte ich letztens mal nachgeguckt, aktuell aber nicht so wirklich einfach zu bekommen. Auf der Glendronach-Seite steht die Abfüllung aber immer noch drauf. Und gut, dachte ich mir, dann gehen wir einfach mit dem 16-Jährigen etwas zurück. Wie im Intro schon erwähnt, 2014 abgefüllt. Ich nehme mal meine Karte. Genau genommen am 28.07. Diese Flasche war jetzt nie standardmäßig im Glendronach-Sortiment. Ich blende die ja auch gleich ein. Also sie fällt auch so ein wenig aus dem Rahmen mit dieser stark geprägten Schrift. Ich glaube, das sieht man schon hier auf dem Videobild. Und auch die Dose, wenn ich die gleich einblende, da steht nichts von Billy Walker drauf. Obwohl die Dosen, ich hatte ja letztens zum Beispiel von 2013, den 18-Jährigen hier stehen. Da steht Billy drauf. 2014, 15 steht immer Billy drauf. Hier überhaupt nicht. Es steht auch nichts mit Kühlfilterung drauf. Es scheint irgendwie, als wäre diese Flasche für einen komplett anderen Markt gemacht. Ich vermute jetzt nur, ihr dürft mir da gerne ein paar Kommentare zuschreiben. Ich hatte in der Vergangenheit wirklich vor, ja, ist ja jetzt wirklich zehn Jahre eigentlich her. Ey, schönes, rückblickendes Video. Was gab es damals vor zehn Jahren? So etwas hier. Aber wie gesagt, das gab es auch nicht durchgängig. Da musste man schon gucken. Ich hatte damals gehört, für Südafrika wäre diese Abfüllung mal aufgelegt worden. Ob das stimmt? Keine Ahnung. Für den amerikanischen Markt wohl eher nicht. Denn es sind 700 Milliliter, keine 750. Ja, braucht man neben den 15-Jährigen noch einen 16-Jährigen? Aktuell haben wir einen, ihr habt vollkommen recht. Aber in dem Sinn, in derselben Machart. Der alte 15-Jährige zu dieser Zeit war auch komplett Oloroso und nicht wie heute Oloroso und PX. Und hier habe ich dann das Gleiche nochmal. Und dann haben sie wohl gedacht, hey, wir müssen irgendwie einen kleinen Unterschied haben. Dann füllen wir hier einfach schon mit den 48 Volumenprozenten ab, wie wir es beim 21-Jährigen machen. Aber wie gesagt, viele Unterschiede gibt es da nicht. Ja, ich bin froh, dass ich diese Flasche hier probieren kann. Auch hier dieses Bändchen dran, kennt man eigentlich nur von deren Einzelfässern, wo dann die Nots drinstehen. Ja, ich glaube, viele habe ich mir nicht notiert. Ach genau, das alte Rechenexampel. 1996 bis 2002 geschlossen. Wenn ich jetzt 2014 nehme, minus 16, bin ich bei 1998. Geht nicht, da haben sie nicht gebrannt. Also 18 Jahre muss der Stoff hier drin wenigstens sein. Ja, das ist ja eben das Schöne in dieser Zeit, dass wir da immer diese Schließung dabei haben und die Molls meistens älter sind. Warum man dann in dieser Zeit eine, ja sozusagen auf jeden Fall bei uns in Deutschland eine Art Sonderabfüllung raushaut, da eine 16 draufschreibt und daraus dann nicht wirklich ein 18, 19 oder was auch immer hier macht, das muss ich nicht verstehen. Das waren damals diese unergründlichen Wege bei Glendronach, die aber das Ganze irgendwie sympathisch machen. Gut, die Farbe blende ich euch ein. Daneben habe ich schon mal so einen Kandidaten gestellt, den ich nachher einmal kurz ziehe. Ich habe mich für den 21-Jährigen entschieden, aufgrund des gleichen Alkoholgehalts und weil ich vom 18-Jährigen nichts mehr habe. Ich, also nur vom Aktuellen, aber ich glaube nicht, dass der es damit aufnehmen kann und von dem 2013er, 18er habe ich leider nichts mehr. Deshalb ziehe ich gleich mal den 21-Jährigen. Er ist dunkler, der hat ja auch schon einen PX-Anteil. Gut, das soll jetzt nicht die dunklere Farbe erklären. Ich habe aber auch hier auch noch den 15er von 2015 hier stehen, also auch eine alte Billy Walker-Abfüllung aus der circa derselben Zeit. Schauen wir mal. Ich würde ihn, wie gesagt, eher so Richtung Alledice einordnen oder dann von mir aus zum 21er mit den 48 Volumenprozenten und seinen 18 Jahren, die er theoretisch haben müsste. Wenigstens schauen wir mal. Ähm, ich habe mal beim Whisky-Auktionshaus nachgeschaut. Äh, 280, 320, je nachdem sind natürlich immer Auktionspreise. Aber um den Dreh müsste man einplanen, wenn man den seinen eigenen wollte. Nun gut. Wir wollen ihn aber nicht sammeln. Wir wollen ihn trinken. So. Das ist, das ist genau das, was mich damals an Sherry fast lastigen Whiskys so abgeholt hat. Dieses, diese unglaubliche volle Sherry-Note, in diesem Fall Oloroso, so richtig nussig. Und dann geht es eben in die Trockenfrüchte sofort rein. Und dann kam es mir eine Zeit lang so vor, als ob ich mir das eingebildet hätte. Und das gibt es nicht mehr, weil dann die Abfüllungen eben die moderneren kamen, neuere, gefinishte Sachen und, und, und. Und das war irgendwie nicht mehr dasselbe. Heute weiß ich, dass mein Riecher sich nicht geirrt hat. Aber damals dachte ich dann immer, hey, habe ich mich so daran gewöhnt? Ist das alles doch nur so, hm, Mittelmaß? Nein, nein, das hier. Weihnachtliche Gewürze, Trockenfrüchte, wie ich gerade schon sagte. So einen leichten Orangentouch habe ich. Der über diesen nussigen Aromen kommt. Und diese Holznote. Oh, über den 21er freue ich mich gleich. Ich habe nicht so dieses komplette Holz, Eichenholz, europäisches Eichenholzregiment, was da durchprescht. Das habe ich nicht. Eine schöne rote Frucht, Trockenfrucht. Es ist so traurig. Ich freue mich zwar tierisch, dass ich das probieren darf, aber es kann doch nicht alles schlechter geworden sein in der heutigen Zeit. Ich hatte so eine ganz teure NAS-Abfüllung von, ich muss kurz überlegen, Tamdu zu Weihnachten, diesen Cigarmold oder um Weihnachten rum. Der war sehr, sehr lecker. Der hatte eine super tolle Fruchtigkeit und dann wirklich diese Tabakaromen. Trägt kein Alter. Aber hier habe ich das einfach noch mit so einer Alterskomponente. Ob sie jetzt 16 Jahre sind oder 18 Jahre oder vielleicht noch mehr, wen interessiert es? Früher hat es so eine Flasche. Kann es euch jetzt nicht genau sagen, dass sie es nicht permanent gab, wird sie auch teurer gewesen sein. Aber naja, irgendwo im zweistelligen Euro-Bereich werden wir noch gewesen sein. So, Lakritze kommen unter so einer leichten Ledernote hervor. Und das sind wirklich schöne Fässer. Unter den letzten Glendronach-Videos wurde viel über Seasoned Cars gesprochen, hin oder her. Ihr dürft mich da mal aufklären. Ich habe mich da mal vor Jahren belesen, gab es viele sehr interessante Artikel. Angefangen von, dass Sherry eh nicht mehr in Fässern so stark gelagert wird. Jetzt kommt immer dieses Argument hier, ihr müsst mehr Sherry trinken, dann habt ihr auch mehr Sherry fast gelagerten Whisky. Ich glaube, ganz so einfach ist das heutzutage gar nicht mehr. Oder man muss dann natürlich wirklich in den Ultra-Premium-Bereich gehen. Woran es genau liegt, kann ich euch auch nicht sagen. Aber ich habe auch so diese Befürchtung, dass diese Art von Sherry-Fässer, wie sie auch immer aussahen, wo dieser Malt hier drin gelagert wurde. Oder eben alte Lymphakles-Abfüllungen. Oder, was hauen wir noch raus? Lassen wir es einfach, spielt ja keine Rolle. Dass da nicht mehr so einfach dran zu kommen ist. Ja, also ein bisschen die Stimmung ruiniert. Das kriegt man dann heutzutage nur noch in Ultra-Premium-Abfüllung Special Editions, wo man sich ein Wolf für bezahlt, wo dann eben dabei steht, dieses Fass kommt aus dem Solera-System der so und so Bodega. Und da hat man es dann nach so und so vielen Jahren rausgeholt. Also mir gefällt, dass nicht diese komplette derbe 21-jährige Eichen-Granate da drin ist, obwohl die auch ihren Charme hat. Der hat so ein leichtes Säure-Spiel da drin. Das ist für Glendronach eher in der Intensität, finde ich fast schon untypisch, wo ich jetzt letztens die Billy Walker-Abfüllung hatte. Mit hier, wie heißt das, Traumkompott. Zimt weiß ich nicht, habe ich immer schnell so diese Holzigkeit vom Zimt oder so ungesüßter Zimt, der so, das passt da ganz gut zu. Kommt jetzt so ein wenig unerwartet, weil ich das gar nicht am Gaumen hatte. Jetzt gleich mal einen zweiten Schluck abwarten. Sehr, auch mit den 48 Volumenprozente müsste er ja hibbeliger werden, aber sehr voluminös, wabernd, schwabbernd. Ich will nicht immer wie es groß sagen, aber irgendwie so in der Art. Jetzt habe ich diese Pflaume, jetzt habe ich mich darauf festgenagelt, jetzt habe ich es auch in der Nase. Aber trotzdem mit roten Früchten hintermalt und diese Trockenfrüchte kommen da auch raus. Reinholose, dem könnte ich ja fast noch PX andichten, muss ich echt sagen. Also so eine tiefe, dunkle Note, die manchmal so ein PX-Fass auch schon mal mitbringt. Also nur jetzt hier im Wedding mit drin, stimmt ja gar nicht, steht ja gar nicht drauf, aber so eine Assoziation habe ich gerade. So leicht an diesen Old Blossoming, den ich hatte auch bei diesem Tamdu, bei diesen Tamdu-Flaschen, der ja ein PX-Einzelfass war. Nur diese eine spezielle Note, muss ich jetzt gestehen, erinnert mich so daran. Wirklich so ein älterer, PX-gereifter Whisky, komme ich gerade nicht von weg. Dabei weiß ich, es ist Olo Rosso. Und mit dieser säuerlichen Note, die habe ich häufiger, oder packe ich in dieser Form, ich kann es euch jetzt, ich beschreibe es euch jetzt nicht weiter, eher so PX-Fässern zu. Er ist zum Beißen. Also jetzt ist diese säuerliche Note auch etwas gezähmt worden. Die Eiche ist auf einem schönen Niveau, ich nehme mal gleich den 21er, geht aber niemals so richtig hart mit einem ins Gericht. Das ist immer so eine samtige, weihnachtliche, wie soll man sagen, Gewürzmischung mit einer schönen europäischen Würzigkeit darunter. Und sehr mundbelegend. Ich habe diese Flasche auch schon mal gesehen, hier habe ich ja die runde Dose. Es müsste den auch noch in einer Vorgängerauflage mal mit so einer eckigen Pappverpackung, Kiste, ich kann es euch gar nicht genau sagen, könnte auch so eine Kiste sein, wie es dann diese Einzelfässer ja auch eine ganze Zeit lang gab oder heute immer noch drin gibt. Ich hatte schon ewig keins mehr, wer kann sich die schon leisten? Habe ich auch schon mal gesehen. Und irgendwie so aus, frag mich nicht warum, ich meine, dass das die letztere Abfüllung ist und diese in diesem Kasten gab es davor. Aber es kann auch genau umgekehrt sein. Ich mache jetzt folgendes. Ich greife erst zum 15er. Das ist der 15er von 2015 aus meinem Vergleichsvideo, also von Billy Walker abgefüllt. Und jetzt einfach mal, der 2015er ist ja auch, im Prinzip kommt genau das gleiche bei raus. Der müsste gleich alt sein, der hier drin ist. Also sagen wir mal, diese Altersgeschichte, weil ich hatte jetzt in meinem neuen Video, ist ja total unfair, du vergleichst einen 15-Jährigen mit einem 15-Jährigen, der aber 18, 19 ist. Ja, ich habe es mir nicht ausgesucht. Aber hier ist es jetzt ein fairer Vergleich. Leichte Tabaksachen habe ich hier drin, ist nicht so schwer. Mehr Orange kommt mir jetzt entgegen. Leichte Zitrusnote Orange, auch wieder Nussigkeit. Nicht so dunkel, verwoben, intensiv, komplex. Etwas da drunter, aber super. Also diese Tabaknote, die ich gerade habe mit der Orange. Diese nussige Note, also das riecht auch sehr gut. Hat aber ein viel helleres Erscheinungsmerkmal. Super lecker. Aber kommt da überhaupt nicht beim Holz mit. Von der europäischen Seite her. Damit meine ich gar nicht, dass es so der Oberhammer ist. Aber von diesem Grundrauschen des Holzes ist der 16er hier viel intensiver. Er hat die viel intensiveren, dunkleren Cherry-Töne drin. Erinnert mich hier einfach an Pexbeimischung. Tut mir leid. Daran erinnert es mich. So, jetzt nehmen wir mal kurz den 21er abgefüllt. Auch 2015 meine ich. Ich muss mal eben gucken, wo habe ich das denn hier stehen. Ja, ja, auch 2015. Auch der aus meinem Video, der Billy Walker. Wo wir auch eben die Farbe eingeblendet hatten. Der 15er, den ich hatte, ist garantiert auch heller als der 16er. Das habe ich jetzt leider nicht fotografiert. Okay, hier haben wir jetzt echte 21 Jahre. Sehr wahrscheinlich. Auf jeden Fall wäre es möglich. Und Mischung von Pex und Oloroso. In meiner eingebildeten Pex-Welt nehme ich hier aber viel, viel mehr Pex wahr. Obwohl ich bei Glendronach nie gebrannte Wand. Ich habe oft Assoziationen und manchmal habe ich so echte Fatamorganen in der Nase. Gebrannte Mandeln, zuckersüß und frisch außer Tüte, nur dass sie nicht mehr dampf und warm sind. Hier habe ich etwas mehr Pex-Note, stelle ich mir jetzt vor. Und ich wollte gerade sagen, bei allen Glendronachs, die ich jetzt hatte, fand ich nie, dass der Pex-Anteil übertrieben ist. Und das finde ich sehr schön. Deshalb hat es mich beim 15er auch nie so gestört, dass jetzt Oloroso und Pex auf einmal verschnitten waren und nicht mehr nur Oloroso. Die Mankos an den neuen Abfüllungen sehe ich ganz woanders als bei der Beimischung von Pex. Da könnte ich so locker drüber weggucken. Das glaubt ihr gar nicht. Gebrannte Mandeln, weihnachtlich, aber das nicht vor einer Kirmes, sondern dann weihnachtlich mit dem Weihnachtsmarkt. Aromen dahinter. Wirklich, wenn ihr bei so einem Süßigkeitenstand auf dem Weihnachtsmarkt, wo dann die ganzen anderen, wo so Pfefferbrot und so noch dabei liegt. Wenn er hier die dunklere Farbe hat, kommt er fast etwas heller von den Aromen rüber, obwohl die auch sehr, sehr dunkel sind. Aber so etwas Schönes habe ich hier gerade nicht, was mich so anspringt. Hier habe ich wirklich Rosinen und Datteln wirklich etwas intensiver ausgeprägt. Diese Trockenfrucht-Geschichte. Hier hat ein leichter Hang zum Pex. Der riecht auch so super lecker. Also das ist jetzt überhaupt gar nicht so hier, ey, er ist der Beste, weil er in der Auktion eben 300 Euro kostet und die anderen können nichts. Quatsch von wegen. Richtig schöner, alter, Sherry-Fast-gelagerter Whisky. Ich nehme den jetzt. Da fällt jetzt das ganze Holz auf. Obwohl, es geht. Es ist etwas intensiver, es britzelt etwas mehr. Es ist wirklich ein bisschen mehr pfeffriger, würziger, europäische Note mit drin. Aber ansonsten, so viel höher kommt er gar nicht. Es ist so ganz leicht. Aber da sind ja oft diese feinen Nuancen bei den Whiskys. Man erwartet irgendwie immer Welten. Jetzt kommt dieser... Ja, ich gebe zu. Er hat einen Hang zum Pex hin, der 21er. Habe ich, glaube ich, in meinem Video gar nicht so stark erwähnt. Weil ich da eben zwei 21er untereinander verglichen habe. Sehr viskos... Also die Viskosität ist ähnlich. Klar, gleicher Alkoholgehalt. Top Whisky. Der 16er... Er kommt auch älter rüber. Definitiv. Hat aber dann eben diese extra würzige, pfeffrige Eiche mit dabei. Die auch so an der Seite, so schön Platinum. Ich muss zugeben, ich habe mir hinten den Text gar nicht durchgelesen. Nur auf der... Ja, da steht es auch wieder. Ollo Rosso. Ollo Rosso führen sie wieder an. Lassen wir es mal so stehen. Dieser säuerliche Anteil kommt jetzt hier wieder etwas stärker raus. Aber meine Pflaumennote habe ich wieder. Ich will gar nicht alles wieder aufbrechen. Also ja, ein echt toller Whisky. Wer davon noch eine Flasche hat, klar, ihr könnt sie für viel Geld verkaufen. Ihr könnt aber unvergessliche Erlebnisse mit dieser Flasche selber verbringen. Ja. Ich gucke noch mal. Irgendwie weiß ich nicht, ob das wirklich das Ende dieser Glendronner Rundreise sein sollte. Ich habe noch nichts gedreht. Ich habe auch noch nichts wirklich mir rausgepickt. Aber wir schauen mal. Okay. In diesem Sinne. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.